Bitte, helft mir. Ja, wieder. Ich hab dein Team nicht gefinisht. Herzlichen Glückwunsch. Zeit, Trash, hoffentlich nutze ich schon. Willst du da einfach runter an der Leiter? Willst du da einfach runter? Das wird ja nix, Bro. Yo, moina, herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Das liegt auf dem Boden. Nee, das triggert mich. Okay, wir können weitermachen. Wie ihr ja schon im Titel sehen konntet, geht es heute um die AKU in Warzone. Im Cold War Multiplayer war es ja wirklich eine sehr, sehr geile Waffe. Sogar eine Zeit lang die beste MP, die es gab. Oder vielleicht sogar gerade immer noch, ich bin mir nicht sicher, ich hab Cold War schon ewig nicht mehr gespielt. Jetzt ist aber natürlich die Frage, ist die AKU genauso stark in Warzone? Und ich kann euch schon mal eine Sache sagen, die Waffe ist auf jeden Fall gut, aber sie ist verbuggt. Denn die Waffe schießt einfach nicht dorthin, wo ihr hinzieht. Ey, nein. Du hast recht, du hast recht, Luke. Die schießt einfach weiter nach unten als das Ironside. Luke hat recht. Luke hat recht? Was? Äh? Siehst du es? Mann, Digga, warte. Du hast gerade Endlevel dumm aus. Phil? Es gibt mit den Cold War Waffen wirklich so viele Probleme und Bugs. Wie ihr sehen könnt, die AKU schießt einfach weiter nach unten, als ihr hinzieht. Es gibt allerdings auch eine Möglichkeit, die ich erst viel später nach den ganzen Clips herausgefunden habe, wie man mit der Waffe doch auf die richtige Stelle schießen kann. Also ihr müsst quasi einen bestimmten Aufsatz drauf machen, damit die Waffe halt wirklich dorthin schießt, wo ihr auch hinzieht. Welcher Aufsatz es ist und generell wie ich die AKU spielen würde bzw. empfehlen würde, werde ich euch natürlich wie immer am Ende des Videos zeigen. Jetzt kommen natürlich wie immer erstmal ein paar Clips mit der Waffe und viel Spaß und wir sehen uns am Ende zum Klassen-Setup. Ähm, ich fahre jetzt mit Dingen close zu dir. Einfach. Soll ich einfach abholen? Esminer! Rechts? Ah, da push ich, da push ich. Esminer auf mich gesetzt. Was macht er hier im Treppenhaus? Hm-mm. Hm-mm. Ja, 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 besser ist, besser ist. Hä? Fällt er jetzt mit Outing? Hä, seid ihr dumm? Das ist er, das ist er, das ist er vor mir direkt, vor mir direkt. Ach so. Na, alter, die AKU ist übergut. Hä? Habe ich keinen Steepack bekommen? Hier, hinter. Er ist One-Shot. Wo ist er denn? Habe ihn. Einer geht nach oben. Habe ich. Halt er auch gute Range, ne? Auch gute Range. Oh ja, er ist One-Shot, Chris. Ja, du, easy kill. Er brucht euch dem eher. Werfe Betäubungsgrader! Habe ihn nicht gestunt. Habe ihn... Keine Herzigerheit. Ausgestiegen! Boom! Hilf mir gar nicht? Digga, ich habe die Hände auf. Nein, das ist noch ein Team. Ich habe die so ein bisschen... Ich habe die so ein bisschen unter Kontrolle. Abkommen dieser Felix, sagen alle. Ja, ich habe sie gar nicht unter Kontrolle. Ich dachte, ich bin so ein Dings, aber... Das ist jetzt das schnellste Gulag der Welt. Ja. Ich bin tot. Er fickt mich, er pusht mich sogar. Nein, nein. Digga, wie kann man den Käse... Nein! Er hat mich übersehen! Er hat mich übersehen! Nein! Das glaube ich nicht. Ich habe... Er ist live, Marc. Er ist hier im Bedroom. Ach, er ist drinnen. Schnell, Chris, schnell, Chris, schnell, Chris. Ich kriege es nicht hin. Das glaube ich nicht. Nein! So etwas gab es noch nie. Chris hat keinen Kopf! Hasula, danke für den Tier 3. Chris hat keinen Kopf, aber wo habe ich den letzten in meinen Schwanz reingesteckt? Jetzt ist er wieder da. Nee, jetzt sind wir wieder weg! Meine... Ich darf keinen Job holen heute. Jetzt hat er wieder. L2 funktioniert nicht so wirklich. L2 funktioniert nicht so wirklich. Jetzt sind wir wieder weg! Hä? Ich habe ihn gleich. Ist noch einer oder was? Ich habe einen. Nein, es sind zwei. Keine Ahnung. Ich habe beide. Ganz oben oder vorder? Einer gestunnt. Nee, vorder. Ich habe gestunnt auch. Ich habe auch gestunnt. Ich habe einen. Nein. Einer noch cheatet. Der ist direkt hier. Ja, ich habe ihn. Hier ist der. Nice. Ich habe eine Drohne. Ich mache die mal an. Ich wünsche mir das Häufige. Okay. Ich hoffe, das nächste Video wird es schneiden. Ja, einfach nur um den Suchauftrag abzucampen. Weil er so die Leiter abgämt. Weil er genau weiß, hier wird irgendwann mal jemand landen. Ich habe die. Gleich. Nein, Chris. Klaut mir. Äh, was? Einer ist er ab. Was? Hab einen genommen. Ich bin dran. Was redet ihr auf? Luftraum. Ja, Luftraum. Nicht frei. Er hat gar keinen Safe. Schade, Bro. Ja, er liegt hier im Busch. Ach, Digga. Das ist so eine schlimme Zone. Alle können im Busch sein. Oh, noch einer, ne? Um noch, um noch. Umfinished. Direkt vor mir, direkt vor mir. Hier. Let's go. 17 Kills. Jibbi. Heute gab es tatsächlich auch gar nicht so viele Clips. Es lag aber daran, dass ich die AKU zu der Zeit gespielt habe, wo alle Leute nur mit der DMR gespielt haben, wo es noch gar keinen DMR-Patch gab. Da war die MAC-10 auch noch viel besser. Da war die Diamatti absolut geisteskrank. Also zur schlimmsten Zeit von Warzone quasi. Also zu dem Zeitpunkt war es nicht so nice damit zu spielen, weil halt alle Leute dich immer nur gebullshitted haben. Aber jetzt, wo die DMR gepatcht wurde, und vor allem die MAC-10 und auch die Diamatti, kann man die Waffe auf jeden Fall spielen. Und wie man sie spielt, zeige ich euch jetzt. Wie ihr ja schon in ein paar Clips sehen konntet, habe ich die Waffe sehr gerne mit der Tundra kombiniert. Die AKU ist nämlich eine sehr gute Allrounder-Waffe. Und Allrounder-Waffen kann man nämlich ziemlich gut immer mit Sniper kombinieren. Übrigens mit Allrounder-Waffen mache ich immer so Waffen, die halt für mehrere Situationen echt gut geeignet sind. Nicht nur für Close-Range, nicht nur für Mid-Range, sondern quasi für mehrere Situationen. Das sind also generell Waffen, die meistens relativ wenig Rückschuss haben. Und auf Close-Range und Mid-Range vielleicht nicht die besten sind von den Time-to-Kill-Stats, aber du kannst quasi beides benutzen. Weil die Waffe immer noch vergleichsweise trotzdem einen relativ hohen Schaden hat und du sie trotzdem für Close-Range und für Mid-Range halt benutzen kannst. Also nochmal zusammengefasst, wenig Rückstoß, relativ viel Schaden, aber trotzdem nicht die beste Time-to-Kill von den Stats her. Aber man kann sie halt in den meisten Situationen gut benutzen. Solche Waffen sind immer sehr, sehr gut, um sie mit Sniper zu kombinieren. Dann benutzt man halt immer die Sniper für Long-Range und halt die Allrounder-Waffe für Mid-Range und Close-Range. Also wie gesagt, kann ich nur empfehlen mit einer Sniper und vor allem auch mit der Tundra. Die hat wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht und ist auch wirklich sehr nice. Vierer-Team! 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 A Woah, habe ich grad coolettet? Nein, hab ich grad coolettet. Ich glaube, ich hab coolettet. Ey, küsst, küsst, ich hab'r erst mal, ich hab'r erst mal der � Free. Ich hab'r wärmerer coolett, country. Ich hab'r single to coolett gemacht. In lovely Kong 3 aber genug. Digger, was passiert hier? I seh' dich nicht, Digger. Was passiert hier? Hallo Yükü pil cheeky! Nein, noch einer. Ach du heilige Scheiße Wenn ihr die Aufsätze von der Tundra sehen wollt, darüber habe ich auch ein Video gemacht Also das könnt ihr euch auch sehr gerne anschauen Kommen wir aber nun endlich zur AKU Bei der Mündung nehmen wir natürlich wie immer den letzten Schalldämpfer, damit man auf der Karte nicht gesehen wird Und für die effektive Schadensreichweite Beim Lauf nehmen wir den allerletzten Sonderkommando Lauf Die Waffe glänzt nicht unbedingt mit ihrem Schaden Sie hat natürlich guten Schaden, aber wir brauchen nochmal ein bisschen mehr Und es bringt auch nochmal eine bessere Schadensreichweite und nochmal eine bessere Kugelschnelligkeit Also definitiv drei Sachen, die wir sehr sehr gut gebrauchen können Als Nachteil hat man zwar ein bisschen mehr Rückstoß, aber der Rückstoß ist wirklich absolut kontrollierbar Gar nicht schlimm Und wie gesagt, der Schaden ist extrem wichtig, deswegen nehmen wir den letzten Lauf Beim Unterlauf nehmen wir den vorletzten Griff, um den Rückstoß nochmal so ein bisschen kompensieren zu können So kommen wir zu der Munition und da kommen immer sehr sehr viele Fragen im Twitch-Chat auf Denn die ganzen Cold-War-Magazine von den MPs sind alle verbuggt Denn dieses Spesnas 50-Schuss-Trommel-Magazin lädt genauso schnell nach wie das 50-Schuss-Schnelle-Magazin Warum auch immer Und dafür hat man halt beim 50-Schuss-Trommel-Magazin den Vorteil, dass es nicht ganz so sehr die Zielvisie-Geschwindigkeit verschlechtert Deswegen nehmen wir logischerweise das Trommel-Magazin Aber es könnte sein, dass es vielleicht in Zukunft irgendwann mal gepatcht werden sollte Dann ist dann logischerweise das letzte Magazin am besten Aber zum jetzigen Zeitpunkt ist es halt nicht so Deswegen Trommel-Magazin Als letztes braucht man jetzt den Aufsatz, den ich ja am Anfang erwähnt habe Damit man nicht weiter unten schießt, als man zielt Und das macht man beim Schaft mit dem Kein-Schaft-Aufsatz Dadurch verändert sich halt das Kimmon-Korn so ein bisschen Und deswegen schießt man endlich mal auch zu einem Punkt, wo man halt hinzieht So würde ich die Waffe wie gesagt auf jeden Fall auch empfehlen Und zum jetzigen Zeitpunkt kann man die Waffe definitiv auch mit einer Sniper kombinieren Ich würde sagen, zum Schluss vergleichen wir nochmal die Stats Der Time-to-Kill von der AKU mit der MAC-10 Da sieht man ganz gut, dass die MAC-10 eigentlich auf so gut wie jeder Range besser ist als die AKU Was man allerdings auch noch dazu sagen muss Ist, dass man derzeit auf der Webseite keine Aufsätze drauf machen kann auf den Cold-War-Waffen Weil ihr wisst ja, die ganzen Cold-War-Aufsätze sind irgendwie alle bei jeder Waffe verpackt Aufsätze, die das Nahkampftempo verbessern sollen, verbessern irgendwie den Rückschuss besser Aber auch nur bei ein paar Waffen, also da stimmt wirklich vorne bis hinten absolut gar nichts Deswegen kann man halt nur die Base-Stats von den Waffen miteinander vergleichen Darum fehlt halt gerade auch der Aufsatz, wo man halt mehr Schaden macht mit der AKU Das ist also gerade bei den Time-to-Kill-Stats halt nicht mit inbegriffen Deswegen würde die AKU halt nochmal um einiges besser abschneiden Aber die MAC-10 ist natürlich trotzdem besser auf Close-Range Das ist ja, denke ich mal allen bewusst Aber deswegen habe ich auch gesagt, dass es eher eine Allrounder-Waffe ist, die man mit einer Sniper kombiniert Probiert es auf jeden Fall mal aus Schreibt es mir in die Kommentare, wie es euch gefallen hat Und haut rein! Bis zum nächsten Mal!